Der Sound, die vielen PS und endlich wieder die eigene Maschine unterm Hintern fühlen. Das finden viele Biker toll. Darunter auch unser Ron-Moderator Oliver Sequenz. Nur, dass es 18 Jahre her ist, als er das letzte Mal auf dem Bike saß. Also mir ist kein bisschen mulmig, ehrlich gesagt. Aber ich bin sehr gespannt, wie das gleich wird. Das letzte Mal, als ich in Motorradklamotten gesteckt hatte, da hatte ich auch Routine gehabt. Zusammen mit acht anderen Teilnehmern nimmt Oliver am Fahrsicherheitstraining beim ADAC teil. Die Mission von Trainer Dr. Asi Stöcke Karim, die Motorradtruppe fit zu machen für die kommende Motorradsaison. Von 0 auf 100 weiß immer jeder. Aber von 100 auf 0, das ist dann immer wieder die Herausforderung. Denn dabei heißt es, Gas weg und auch im Schneckentempo die Maschine beherrschen können. In fünf Stunden werden alle Basics einer Kurvenfahrt aufgefrischt, im Einzelnen analysiert und korrigiert. Egal ob Fahranfänger oder Fahrprofi. Hier kann jeder noch etwas lernen. So auch Teilnehmer Toni. Er fährt schon seit mehr als zehn Jahren. Man weiß, man hat immer bis zur Reserve noch. Man meint, das hätte besser nehmen können, die Kurve. Und man merkt, da geht noch was. Und auch Oliver ist wieder angefixt von dem PS-Spaß. Wenn die ersten Meter dann mal rollen, dann kommt das Gefühl dann schon sehr viel schneller. Bei einigen zu schnell. Allein in Baden-Württemberg gab es im letzten Jahr mehr als 100 tödliche Motorradunfälle. Das sind rund 40 Prozent mehr als noch 2016. Bei knapp zwei Dritteln der Unfälle war der Fahrrad zu schnell. Das Problem, gerade nach dem Winter, wenn es die Biker wieder auf ihr Zweirad lockt, überschätzen sich viele Fahrer. Also die Kurve an sich ist jetzt erstmal kein Problem. Das funktioniert. Wohlfühlen ist das eine, aber macht er es auch richtig? Was sagt denn der Experte? Hast du gemerkt, wo du hingeguckt hast bei der Wende davor hin? Ich hab ein bisschen ins Kurveninnere. Ja, das war aber nur ganz kurz. Also neuer Versuch. Schau mal. Das gefällt mir deutlich besser. Das gefällt mir deutlich besser. Eigentlich war der Blick das erste Wichtige, weil wenn wir in der Kurve nur so geradeaus gucken, und das hat er bei der ersten Kurve gemacht, dann nehmen einfach den Blick, mach das noch mehr, tu das noch stärker, noch stringenter. Und seither fährt er wie eine Eins. Ja, also wie soll ich sagen, das ist doch ein bisschen anders, als ich es mir vorgestellt habe. Aber ich merke doch, das muss man wirklich üben. So viele Kilo und vor allem Leistung unterm Hintern zu bändigen, das erfordert Übung. Und das gilt auch für die, die nur für die Saison raus waren. Denn wer nach der Winterpause aufs Motorrad steigt, sollte laut Experte auf Folgendes achten. Vor allem erstmal mentale Fitness, entspannt sein, sich auch nicht zu viel vornehmen am Anfang. Und die Maschine kennen, auch den ganzen Finneren-Fitness-Check, bin ich soweit, entspannt, ist das Wetter so. Unser Fazit also, doppelt vorsichtig fahren, gut vorbereiten, dann gibt's auch doppelt so viel Spaß. Und dann steht dem Abenteuer auf zwei Rädern nichts mehr im Wege.